Fachleute, die sich mit dem Heranwachsen der Jugendlichen beschäftigen, die die Entwicklungsprozesse und die Entwicklungspsychologie im Blick haben, verwenden gelegentlich das Wort Überidentität und meinen damit, dass es im Leben eines jungen Heranwachsenden sein kann, dass er sich extrem sicher, extrem gut fühlt, auch wohl fühlt, alles passt und er hat alles im Griff. Die anderen sind in seinen Augen ein bisschen unsicher, wissen nicht ganz, worauf es ankommt. Über Identität wird es genannt. Der Mensch fühlt sich zu sicher und zwar, weil er eben nur einen Ausschnitt seines gesamten Daseins im Blick hat. Momentan schaut es sehr gut aus und das gibt ein Lebensgefühl, welches vieles auch dann ausblendet. Möglicherweise ist es der Stadt Nineveh so ergangen. Sie wird im Zuge einer Weisheitsgeschichte aus dem Buch Jona eben erwähnt. Sie steht für die große, erfolgreiche Stadt mit vielen Einwohnern, mit hoher Bildung, aber ohne Glauben an Gott. Und jetzt wird Jona, übrigens musste er zweimal geschickt werden, das erste Mal war er selbst als Prophet, als Prophet ungehorsam und wollte nicht gehen. Jetzt wurde uns geschildert, dass er tatsächlich gegangen ist. Er geht in die Stadt und droht Unheil an. Und es ist wichtig, dass wir mit Licht und Heiligem Geist auf diese Worte schauen, denn es ist niemals Gott, der einem Menschen oder einem Volk das Unheil bereitet. Gott zerstört seine Schöpfung nicht. Die Worte des Propheten Jonas sind so zu verstehen, wenn ihr euch nicht Gott zuwendet, dann wird es ganz schlimm werden mit euch und eurer Stadt. Also wendet euch dem zu, von dem euer Leben kommt und lebt nicht emanzipiert von ihm. Lebt in Rücksprache mit ihm. Lebt im Hören auf ihn und seid gefügig. Lasst euch etwas sagen und lasst euch eben Einsicht schenken. Und tatsächlich, die Stadt wird nicht ins Unheil gehen. Die Menschen kommen zur Einsicht. Wenn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, dann will das bedeuten, jetzt seit ich da bin, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr für die, die mich kennenlernen. Jetzt gibt es Orientierung und jetzt gibt es auch das, was der Mensch so dringend braucht, nämlich Befreiung. Wir nennen es in der Kirche auch Erlösung. Und das meint nichts anderes als, du kannst dir sicher sein, dass dein Leben bei Gott beheimatet ist, bei Gott geborgen ist, sobald du das auch willst. Es bleibt nämlich das freie Wollen des Menschen immer noch der entscheidende Schritt. Das ist die Art der Liebenden, sie bieten sich an, ja, sie drängen zur Beziehung, sie drängen zu einem Miteinander, zur Einheit. Aber der geliebte Mensch soll frei Ja sagen zum Geliebtsein. Und das fällt manchen, so scheint es, nicht so leicht. Jesus ruft zur Umkehr und das heißt, er ruft zu einer Orientierung an seinem Leben. Er ruft zu einer Orientierung, die das Ewige mit im Blick hat. Er ruft zu einer Orientierung, die nicht nur das Naturhafte des Menschseins und der Schöpfung, aktiviert hat und es soll die Natur des Menschen voll aktiviert sein. Aber es bleibt trotzdem das Naturhafte nicht genügend. Erst wenn der Mensch seine geistig-seelischen Fähigkeiten auch aktiviert und das heißt, sich als Person ins Spiel bringt, als Person, die sich von Gott hat die Orientierung geben lassen oder präziser die Bestimmung. Die Gott-Ebenbildlichkeit hat sich der Mensch nicht selbst gewählt, aber sie ist es, die eine freie Zustimmung braucht, damit genau das Menschsein die Entfaltung, die Größe und die Ewigkeit bekommt, die Gott dem Menschen zugedacht hat. Manche kommen durch Nachdenken zur Einsicht. Andere müssen durch verschiedene Ohnmachts- oder Schulderfahrungen erschüttert werden und an sich selbst zweifeln oder fast verzweifeln. Und dann kann es sein, wie Madeleine Delbrel es einmal formuliert hat, es gibt den selig Verzweifelten und damit meint sie den Menschen, der kapituliert und zwar, weil er es alleine nicht schafft, so gut er es auch meinte und wollte. Er kapituliert in Gott hinein und vertraut sich auf diese Weise Gott an. Und jetzt lernt er Gott als den rettenden Gott kennen, als den, der Halt gibt, als den, der Liebe schenkt ohne Maß und ohne Vorbedienung. Und deshalb der selig Verzweifelte. Ich habe den Eindruck, dass das Kennenlernen Gottes oftmals Hand in Hand geht mit der Einsicht in die Grenzen der menschlichen Natur. Ein Mensch, der die Grenzen akzeptiert, oft nach schmerzlichen Ringen, wenn er sie akzeptiert und sich dem Größeren zuwendet, dann erlebt er dieses Beschenktwerden mit Licht, mit Weisheit, mit Liebe. Geborgenheit, Heimat, Frieden, das sind so die Erfahrungen jener, die sich Gott anvertrauen. Und für manche kommt diese Erfahrung sehr überraschend, dann ist es eine extrem beglückende Erfahrung, dass nämlich erlebt wird, ich bin jemand für den ganz großen Gott. Da ist jemand, für den ich persönlich jemand bin, ganz wichtig. Andere, die das nicht so überraschend erleben, gehen einen langsameren Prozess, aber sie gehen diesen Weg zum größeren Vertrauen. Und der Apostel Paulus ertränkt uns und sagt, Leute, die Zeit ist kurz, nützt diese Zeitspanne, die euch gegeben ist, um euch selbst, Gott und somit das Leben in Fülle kennenzulernen. Und wenn er rät, dass Verheiratete so leben sollen, als wären sie nicht Verheiratete oder Einkaufende, als wären sie nicht Besitzer und so weiter oder Weinende, als weinen sie doch nicht und Freuende, als würden sie sich nicht freuen, dann will er uns darauf hinweisen, was immer du hast und tust, es ist nicht das Letzte, es ist nicht das Größte, es ist nicht das Absolute. Rechne mit dem Größten, rechne mit dem Letzten, rechne mit dem Absoluten. In Jesus begegnet dir das Größte, das Beste, das Absolute. Amen. Das Vaterunser-Gebet ist das beste Familiengebet zum Wohle der Einheit aller Christen. Herr Jesus, wie du mich aufnimmst, will ich dich aufnehmen. Bedenken wir, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus die wahre Identität finden und was die Zeit betrifft, rät jemand, gestalte dein Leben so, dass jeder Augenblick bedeutsam ist. Begegnet 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 Begegnet